Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 19. September. Heute haben wir dabei Evernote, Nintendo und Fortnite, den Google Home Hub, Google Gboard, Google Maps und YouTube Gaming. Also wo wir gestern ganz viel Apple hatten, haben wir heute ganz viel Google. So, beginnen tun wir aber mit Evernote. Und die App, beziehungsweise der Webdienst, um Notizen zu verwalten und zu recherchieren, der durchaus beliebt ist, dem geht es aber nicht so gut. Denn anscheinend wachsen seit Jahren die Nutzer nicht mehr und sie hatten ja zum Beispiel auch ihr Abo-Modell umgestellt. Und ja, mich haben sie auch irgendwie vor knapp zwei Jahren, glaube ich, verloren. Seitdem benutze ich die gar nicht mehr, installiere die App gar nicht mehr und bin raus. Tja, und das haben damals auch ein paar mehr anscheinend gemacht und es sind nicht genau neue Nutzer hinzugekommen. Ganz einfach. So, das Geld wird also verbraten, Wachstum kommt nicht her. Und was bedeutet das? Man muss Personal entlassen. Und das haben sie jetzt auch bekannt gegeben. 15% der Arbeitskräfte werden entlassen. Das sind konkret auch 54 Jobs, Schrägstrich Personen. Ja, 15% auf jeden Fall, ja, eine überschaubare Nummer. Aber schön ist sowas ja nie, wenn Leute entlassen werden. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt bei Evernote. Ich habe da derzeit keine große Hoffnung, leider. Ich habe zu früher gemocht, die App. Jo, was ich ja nicht unbedingt mag, aber ganz interessant finde und mir auch ein paar Mal schon angeguckt habe, ist Fortnite. Das gibt es ja mittlerweile auf praktisch allen möglichen Konsolen und Plattformen und unter anderem auch auf der Nintendo Switch. Und nun hat Nintendo ein Bundle angekündigt mit Fortnite, wo man, ja, normalerweise beim Bundle ist das Spiel dann in Anführungsstrichen dabei und günstiger. Aber Fortnite ist ja eh Free-to-Play. Tja, und wie macht man so ein Bundle interessant? Man packt ein paar In-Game-Coins, sag ich mal. Das heißt, bei Fortnite heißen die, glaube ich, V-Bucks. Und zwar 1.000, das sind umgerechnet 10 Dollar. Also, ja, sehr überschaubar. Aber dazu gibt es das, wo anscheinend viele Spieler draufstehen. Denn es gibt halt bestimmte Skins und einen Glider und eine Pickaxe. Also so eine Pick-Achse. Ja, wie sagt man? Also, ja, ich weiß, was es ist, aber mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Auf jeden Fall halt, ja, eine Pickaxe halt. Genau. Und das gab es halt auch schon vorher. Zum Beispiel für Twitch und für die PS4 und für Galaxy Note 9 Besitzer. Also so einen exklusiven Skin. Und wenn man den von Nintendo haben will, von der Switch, dann muss man sich das Bundle gönnen. Denn sonst wird es den nicht geben. Also, ich glaube, das Bundle werden sich bestimmt einige Leute gönnen. Denn Fortnite läuft ja wirklich richtig, richtig gut. So, jetzt kommen wir mal zu unseren Google-Themen. Ja, der große Event steht am 9. Oktober an. Da stellt Google seine Hardware vor. Und jetzt ist so ein bisschen geleakt, was unter anderem da vorgestellt wird. Und zwar das Smart Display von Google. Das heißt in dem Fall der Google Home Hub. Praktisch ein Konkurrent zu den Smart Displays, die es ja auch von Amazon zum Beispiel gibt. Aber auch schon von diversen anderen Herstellern, wie zum Beispiel auch Lenovo. Das hatten der Martin und ich uns unter anderem auch angeguckt auf der IFA. Und der Google Home Hub, der soll einen Preispunkt bekommen in Amerika von 149 Dollar. Plus Steuern natürlich dort vor Ort. und hat entsprechend ein Display. Sieht ansonsten ähnlich aus wie andere Google Home Produkte. Hat so ein bisschen Fabric hinten, wo das Display dran gelehnt ist. Ja, ihr könnt es euch ja mal angucken in dem Link in die Shownotes und entscheiden, ob das was Interessantes für euch ist. Ich finde es auf jeden Fall für 149 Dollar sehr interessant. Aber das Besondere oder das Besonders Interessante ist, es ist keine Kamera eingebaut. Das ist ein bisschen komisch. Denn ja, eigentlich ist ja unter anderem immer Videotelefonie immer so ein ganz schönes Thema, womit man so etwas pushen kann. Und ja, Google sagt keine Kamera. Vielleicht überraschen die uns aber auch noch auf ihrem Event am 9. Oktober. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall noch warten, um 100% sicher zu sein. Wo man nicht mehr darauf warten muss, ist, wenn man das G-Board, die Tastatur von Google benutzt, auf Android. Ich benutze sie zum Beispiel auf iOS. Aber wenn man sie auf Android benutzt, da gibt es jetzt ein neues Update mit einer Floating-Tastatur. Das bedeutet, diese floated oder ich sag mal schwebt über dem Bildschirm. Also man kann die hinziehen, wo man möchte. Und dann hat man sie eben nicht mehr unten am Rand, sondern mittendrin oder oben angedockt. Und ich weiß nicht so richtig, wer das wirklich braucht. Aber mein Gott, wenn man es machen kann als Option, wenn jemand da Interesse und Spaß dran hat, dann kann er das ja nutzen. Ab sofort. Wie gesagt, nur auf Android. Ich glaube, bei iOS sprechen wahrscheinlich diverse Design-Richtlinien dagegen. Ja, was bei Apple aber nicht mehr dagegen spricht, ist der Einsatz von Google Maps in Apples CarPlay. Das finde ich super. Ich hatte bei meinen letzten Amerika-Trips, wo ich einen Mietwagen hatte, mehrmals einen Wagen mit Apple CarPlay. Und ich bin selber großer Google Maps Nutzer und musste da dann immer switchen auf Apple Maps, die ich nicht so toll fand und mir auch so ein bisschen Usability fehlte und auch so ein paar Verlinkungen, die ich für mich hatte, haben dann nicht geklappt. Ja, aber mittlerweile, jetzt kann man Google Maps updaten auf die Version 5.0 und dann bekommt man das Icon und logischerweise dann auch die Routing-Informationen und die Navigation und alles in sein Auto, wenn es denn Apple CarPlay hat. Und danach soll auch noch Waze kommen. Das ist ja die Navigationssoftware, die Google auch mal gekauft hat, die so ein bisschen Community-getrieben ist, wo Leute auch Informationen zu Staus und sonst was reintragen können. Die steht wohl auch kurz davor, auch bei Apple CarPlay mitmischen zu dürfen. Ja, und jetzt das letzte Thema von Google beziehungsweise von YouTube, die ja zu Google gehören. YouTube Gaming, das ist ein Gaming-Dienst, na, Dienst ist der falsche Begriff. Das ist die Gaming-App und die Gaming-Plattform von YouTube, wo ja früher schon ganz viele Gamer drauf waren. Das hat YouTube mal gebundelt vor einiger Zeit, entsprechend auch mit einer eigenen App. Und nun haben sie gesagt, die App wird eingestellt zum 19. März nächsten Jahres und YouTube Gaming wird einfach prominent innerhalb von YouTube selber platziert mit einem neuen Design, wo auch unter anderem dann zum Beispiel Gamer gefeatured werden, die gerade so am Aufstreben sind, die immer mehr neue Zuschauer bekommen und eben nicht zu den Großen bislang schon gehören. Und ja, das könnt ihr euch angucken, wenn euch Gaming interessiert. Sieht ein bisschen, ja, weiß ich gar nicht, wie Twitch aus, eigentlich ja nicht so richtig. Naja, auf jeden Fall, ja, wenn es ein Thema ist für euch, guckt es euch an. Und ja, das war es dann auch für heute. Mehr News gab es nicht. Und ich bin mal gespannt, gestern Apple, heute Google, ob wir morgen Microsoft bekommen oder Amazon mit ganz vielen News. Ich glaube es jetzt zwar nicht, aber naja, lassen wir uns überraschen. Ich hoffe, ihr seid dabei und seid dann mit überrascht, was für Themen es morgen gibt. Habt einen tollen Tag, einen schönen Start in den Mittwoch und bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.